Musik 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 durchsetzen kann. Das traut man drückweise 1,5 Kilo gar nicht so ohne weiteres zu. Das ist die Stereodynamik von dem Modell. Hier fliegen wir den F5J-Light-Motor von Oliver, der also gerade mal, ich muss jetzt, ich glaube, 110 Gramm auf die Waage bringt. Der reicht also bequem für solche F5J-Maschinen, die auch ins Regenorm passen, die eine Chance haben. Da passt sehr gut diese Abstimmung dazu. Was wir sonst noch gerade oben haben, der Hans Flick den Standard-Friendly mit einem 5, oh ja, jetzt muss ich mit, wie heißt der, 480L-Motor mit Getriebe auch. Wir fliegen also aussprechen, Innenläufer mit Getriebe. Das hat tatsächlich damit auch zu tun, dass ich schlanke Nasen liebe an meinen Flugzeugen. Ich mag also keine dicken Knubbelnasen, die mit Außenläufern zwangsläufig einhergehen. Und so kam die Kooperation zustande. Aber das Schöne an Oliver Jesse ist eben, dass er individuelle Lösungen zurechtbastelt, wo der fertige Antriebssack anbieten kann für Modelle, die also verbreitet sind. Seien es VK oder ähnliche Modelle, die also viel verbreitet sind. Auch man nutzt ihn und sagt, oh, ich brauche bitte für den und den Flieger. Und dann kommt was Feines dabei raus. Ja, das ist, was mir im Moment zu Polytech einfällt. geklärt. Und ihr könnt euch jetzt hier noch ein bisschen in der Thermik über Schwachmünchen ausdrucken. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach nochmal an. Wer Interesse an den Antrieben von Polytech hat. Polytech ist natürlich hier auch mit Standort der Segenflug besser vertreten. Deswegen gehen Sie da einfach mal vorbei. Und das sind ganz, ganz nette Menschen, richtig individuelle Modellbauer. Und die machen für sie vieles möglich. Ja, und Joe sitzt. Was will er mir damit sagen? Lass ihn lieber nicht eine Minute zeigen. Das stimmt. Lass ihn heute gar nicht. Darf ich den mal an? Ich dachte, er würde gar nicht knuppern lassen. Das ist er weg. Das klingt doch fein, oder? Das klingt richtig schön. Ich finde, dass sich das vor dem Kunststoff ist gar nicht versteckt. Du hast halt nicht die Festigkeitsgeserven. Ballern brauchst du mit ihm nicht. Dann macht er... Das mag er nicht. Aber so leistet er mich... Dann wird um 30. Mit 1,5 Kilo. Haha. Üben auch, dann. Das müssen wir für Morde ändern. Dann können wir ja um 10 wäre es ein anderes Beispiel. Aber jetzt Platformommen haben Sie gesagt, Sie rtieren einen Einsatz. Z daher sind die Menschen in Straze hier. Und deswegen bin ich nicht noch mehr, Das weiß man immer sein né. Die 공soverein setzt zu sagen, sie v generational aus solz und scarf sind. Die, tauzieren immer leben die drei drei Kilo, und dann panic wow und dann kann ich aber noch Hoje haben oder Strategie zu sagen. Dann sindòzieren und alle ho вещи beim sunderen unternehmen. Ich werde nochmal einen sehr schönen Leicensdägerteil der Polytech überdemonstriert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020